Ich schreie auch mal. Aaaaaah! Geil, wurde geheilt. Okay, hat nicht geklappt. Der Gedanke zählt. Upsi, sorry. Oh-oh! Ich hab'n Movekill gemacht. Dabei wollte ich... Ich wollt' das gar nicht. Hehehehe! Du warst das! Ach, das warst du! Hehehehe! Ich muss aufs Klo. Bist du zweit gehen? Oh nein! Hehehehe! Ich muss... Ich kann mich nicht hinsetzen! Da schon noch gerade sitzen. Nein, schon wieder Feuer! Come on! Alter! Okay. Wie wechsle ich die Kameraperspektive noch mal? P! P? Oh, vielleicht ist gar nicht so verkehrt. Perspektive mit zu wechseln. Okay. Dann sieht man halt auch alles um sich herum. Ja, das... ...ist sehr wichtig. Ja, komm, greif mir von hinten nach. Ups, ich bin direkt in die Starren reinklaufen. Oh, der kann die ganze Zeit rum... ...schwängeln hier. Ne, so sagt man das nicht, ne? Hehehehe! Oh nein! Was hat er gesagt? Oh! Ja, das... Nachladen ist halt... Oh, scheiße! Jetzt hab... Ich glaub, ein teammate hätte Feuer auf mich drauf geworfen. Oh, jetzt bin ich in deinen Bogen reingelaufen. Das ist ja wirklich alles sehr unglücklich. Ich könnte... Oh! Hab ich nen Headshot gekriegt? Ich hab nen fucking Headshot bekommen! Los, Chiara! Ich hab keine Ahnung. Wenn ihr schlecht war, bei den Verbindungsminus die Namen stehen. Blau, rot! Ich bin im Gegnerteam. Ich bin rot. Okay. Komm, wir treffen uns, wir treffen uns. Ach nee, ich kann ja nicht in meine Richtung gehen, weil dann bist du angegriffen. Irgendwo außen. Bei den Tribünen oder so. Lass mal drei treffen, weil eins gegen eins wird. Ähm... Jetzt bin ich links oben. Links oben? Da ist ne Bank, ich sitz drauf. Okay, dann ist sie ganz rechts. Von mir ist es rechts. Unterhaltet mich. Ja, ich fühle mich unterhalten. Mord und Totschlag. Entertaint mich. Bist du zwischen blau und rot, oder wie? Ich bin total außen. Da, wo es die Treppe hochgeht. Ich seh dich, glaub ich. Hast du nen Langschwert? Setz dich neben mich. Ja. Wir machen einen auf Romeo und Julia. Ja, zwei Fraktionen, die nicht... Oh Gott. Ah, ich bin zu dick, ne? Ich besetzt... Du bist viel zu... Mansplatte gerade. Oh, es tut mir leid. Oh, es tut mir leid. Stierf! Stierf! Ich tu nur so, Viet. Ich tu nur so. Nein! Oh, Romeo! Ich durfte mir nichts anmerken lassen. Ich musste mit draufschlagen. Das tut mir leid. Ich trinke auf dich. Ich trinke auf dich. Du trinkst mein Blut wahrscheinlich. Und ich hab nen Krug in der Hand. Aus dem Maul, du Arsch! Oh Gott. Oh! Es brennt. Ich brenne. Ach, komm schon. Kann ich meinen Bogen auf dich werfen? Oh, hab ich gemacht. Wollte ich nicht. Oh, was? Das ist kein Bogen. Upsi! Ich hab nen Cocktail. Wer hat Bock auf nen Cocktail? Oh! Gut gemacht. Oh, ja. Die, die, die. Oh, Sprit. Oh, ja. Heil mich! Heil mich! Dankeschön. Kann ich mich bedanken? Äh... Jubeln. Dank. Okay. Moment. Ähm... Kann ich mich heilen, wenn ich sitze? Ja, ein bisschen. Ich bin doch schon... Wo bin du? Wo muss ich denn hin? Ja, manchmal dauert das ein bisschen. Selbst wenn du reinläufst, dann... Also, ich bin gleich ja schon drin. Ja, das dauert wie gesagt manchmal. Ich war auch mal verwirrt. Schwängeln hier. Ne, so sagt man das nicht, oder? Upsi! Ich treffe alle Leute nur nicht... Oh shit. Achso, ich treffe meine ganzen Team jetzt noch nicht die Feinde. Upsi! Sorry! Nur 30. Komm. Ups! Ich helfe dir mal lieber so. Gern geschehen. Ah! Das habe ich verdient. Tag! Ach, schau, was wollte ich gerade machen. Komm! Oh! Shit. Du hast deine Freunde gold. Gut gemacht, Chiara! Machst du das? Dankeschön! Ja, das war ich. Oh! Geh mal nach links. Achso, ich geh zum Dorfplatz am besten. Auf deinen Feind! Auf deinen Feind! Oh Gott! Ja gut. Haben die mich umgebracht, bevor ich die satieren konnte? Der dritte Rollerblades? Ups! Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ähm... Kann ich mich entschuldigen? Ich habe Pferdekot in der Hand. Und ich werde es benutzen. Wo ist ein Pferdekot her? Ich lag auf dem Boden rum. Dumme Frage. Okay. Jetzt hole ich mir einen, der schwach ist. Hahaha! Ich habe ihn down geworfen mit Pferdekot. Tötet den Blazer! Ja, ich hab ihn mit! Ja, ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Oh Gott. Nein, ich habe so lange überlebt. Ja, das war zu optimistisch, einfach eine Faust kommt. Shit. Ich habe alles gewollt, was ich hatte. Ich habe alles gewollt, was ich hatte. Nochmal, nochmal, nochmal. Yes! Ah, komm doch. Lauf da rein. Boah, du wurdest aufgespießt. Oh, wer bist du? Kann ich einen Finisher machen? So wie ein Call of Duty? Zum Tagdown. Dankeschön, danke. Oh nein! Wieso kann ich diese Leiter nicht nutzen? Schönen Zäpfchen. Hab ich gerade einen Quadruple Kill gemacht? Warum hast du einen Triple Kill? Ernsthaft? Und du da oben? Du hast mir nicht geholfen? Ich habe Code in der Hand. Alles klar, Kiara. Ich will dich an Coden! Scheiße! Gott, nee! Okay, ich habe jetzt den Offizier. Shit! Gib mir mein Schwert zurück! Gib mir mein Schwert zurück! Oh, ich bin tot! Dankeschön! Zum Glück! Oh! Okay, so weit sind wir bisher noch nicht gekommen. Oh, weg im Kiez! Janzi lobt dich! Danke, Janzi! Oh, komm! Äh, was? Hab ich mich gerade selbst umgebracht? Okay, setz dich nicht in so ein Crennest rein. Nee, schon wieder! Mal schauen, ob jemand jetzt mich umbringt, woran ich denke, nee, mach ich nicht. Ist jemand so arschig? Ich mach ne... Ist ne Trap. Ist ne Trap. Aua! Boah! Ich strafe mich. Was? Ah! Keiner mitgetroffen. Yes! Ich hab einen Kader mitgemacht! Ich hab einfach random reingeworfen. Die und dann die 6. Achso, nee, ich hab doch schon mal getanzt. Ich will nicht mehr tanzen. Man kann das Tanzen gar nicht abbrechen! Man kann das Tanzen nicht abbrechen! Oh, danke für die Blumen! Danke, danke! Vielen Dank, vielen Dank! Oh! Äh, für dich! Schade! Danke! 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 Danke!